Russen provozieren US-Militär in der Ostsee. So titelte die Bild-Zeitung am 13. April 2016 über einen Zwischenfall in der Ostsee, in welchen ein US-amerikanisches Kriegsschiff und russische Kampflieger involviert waren. Die FAZ berichtet, die Kampfjets seien dem Zerstörer gefährlich nahe gekommen. Diese Drohgebärden lassen sich unter dem Begriff Säbelrasseln zusammenfassen. Doch was steckt hinter den Spannungen in der Ostsee? Die USA entsenden ihre Kriegsschiffe weltweit in internationale Gewässer, um mit der militärischen Präsenz sogleich auch den US-Vormachsanspruch zu demonstrieren. Dies ist seit Jahrzehnten gängige Praxis. Bei dem besagten Kriegsschiff handelt es sich um die USS Donald Cook, einen Zerstörer mit Angriffswaffen, die eine Reichweite von 2500 Kilometern haben und folglich jede westrussische Metropole treffen könnten. Die Reaktion des russischen Militärs, sprich Abfangmanöver mit Kampfflugzeugen, ist nur allzu verständlich. Denn welcher Landwirt lässt nicht seine Hunde frei, wenn Diebe seinen Hof umkreisen? Man stelle sich vor, Russland würde Kriegsschiffe mit Langstreckenwaffen vor der amerikanischen Ostküste kreuzen lassen. Wie gigantisch wäre der mediale Aufschrei der westlichen Presse und die Reaktion des US-amerikanischen Militärs? Daher stellt sich die Frage, wer provoziert hier wen in der Ostsee? Untertitelung des ZDF für funk, 2017